hey leute was geht willkommen zu neuen let's play von mir wir spielen heute wieder golfe mit dabei ist der lj und der eisman und los geht's hier in vollidiot das bin ich auch oh gott ja ist okay ja du weißt bescheid ja jeder von uns zwei das ist bitte ja gut ich bin immer weg und ja ich weiß richtig ich bin halt der beste also egal ich bin mal nicht jetzt da ist nicht besser gute frage ich bin drauf wie war das ich bin nicht letzter ja ich denke auch nicht gerade geil ich bin mal ich ins loch raus ich falle natürlich aus der reihe mit sieben punkten also je mehr punkte desto schlechter leute Ja, komm, back to the roots. Das muss ein Joke sein, Alter. Komm, einer geht noch. Ähm, AJ? AJ? Digga, gleich fliegt der Tisch, ja. Ich glaub, du wirst ewig letzter bleiben. Ja. Aber da... Da freut sich Karin, dann verliert er weg. Richtig. Dann darf ich auch mal gewinnen, ne? Der geht. Nein. Ja, oder auch nicht! LJ? Ja? Nee, 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 ich mach jetzt nur noch Hole-in-One-Sticker, dann gewinne ich das easy. Easy nicht. Äh, wie bin ich denn geflogen? Oh, das war ein dick zu doll. Ah, okay, okay. Ich bin voll komisch geflogen, ey. Das willst du auch zu doll? Ja, sehr schön. Leider nur ein paar. Aber... Birdie. Der war perfekt. Gib mir den Birdie. Äh, Boogie. Okay. Dam-dam. Dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Ähm, Leute, wenn euch das Format gefällt, leider würde ich mich echt über einen Daumen nach oben freuen und einen Kommentar. Und lasst ein Abo da. Und lasst vielleicht ein Abo da. Und schaut auch nochmal bei dem Iceman vorbei. Den packe ich in die Videobeschreibung. LJ hat auch einen Kanal. LJ, hast du einen Kanal? Ja, ohne Content. Ja, ohne Content. Oh, Alter, schlag mal was los. Das wäre wasted time. Auf jeden Fall, der Lando macht auch ganz gute Videos, ne. Der macht, ähm, CSGO-Edits. Und, äh, Downhill-Videos. Painball. Und Painball, ja, so. Richtig. Ich bin ja nur rein aus Gaming bis jetzt, ähm, fokussiert, sag ich mal. Oh, Alter, ich rolle immer noch nach hinten. Du, 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 du. Ach komm, Alter, wieso rolle ich denn? Immer wenn ich rolle, ey. Immer wenn ich rolle. Lass mich grad, man rollt bis zur Kante. Und ich fühl mich über einmal frei. Ich zollt hier, ey. Du bist gleich am Ende. Zoll, zoll. Ah, da ist die Kante. Was? 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 Jetzt hätte ich noch hinweg gesprungen. So wie ich vorhin. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Was? What? Ey, Lenno, du bist ein bisschen outside, ne? Also, outside man, sag ich noch. Äh... Inside man. Dich ganz so outside wie du grad eben. Scheiße, die Kacke. Ich bin einfach rübers Loch rüber. Was ist das für'n Wichs-Teil, Mann? Style ist geil, oder? Der dreht sich. Guck mal, richtig salty, der Ball. Oh, das ist noch das heaviest, was ich geschafft. Was? Weil der ist nicht gleich rotiert. Ey, oh! Ey, das gibt Style-Points. Nein. So, wie sieht denn der Punktgestand aus mittlerweile? Gut für mich. Gut für mich. Ja, da oben über die Dixus. Zack! Das war ja. Ach, die? Warte mal. Das Level hab ich in dem Stream gesehen. Ja, hast du? Hast du nichts verpasst? Bei, äh, Summit. Ah, okay. Report'n Summit. So. Ey, ich komm da nicht rauf. Ich auch nicht. Ah, jetzt. Ja, da lackt er sich wieder ein zusammen. Ja, du, man muss ja auch mal Lack haben, ne? Wir drin. Mach noch mal... Ja, ich... Weißt du noch mal kurz Punkte? Digga, warum ist das... Oh, AJ. Fast geschafft. Digga. Ja. Man muss halt gegen die Schilder kommen, ne? Richtig. Am besten gegen das Blaue. Ja, ich merk's. Boah, Alter. Ich hau die ganze Zeit drüber. Ja, ich weiß. Ich seh das. Das war das Blaue. Nein! Wie ist Batman? Wie ist Batman? Ey, AJ, du hast 20 Schläge dafür Zeit. Wie ist Batman? Das ist es. Oh, Lloyd. Ja, es ist schön. Ey, warum ist der nach hinten gesprungen? Weil die Physik ausgereift ist. Weil die Physik des Spiels, äh, ziemlich gut ist. Also, weil die wirklich besser ist als die Realität. Jetzt ist es an dir. Ey, warte. Du warst schon durch? Ja. Wir waren alles schon durch. War's der Letzte? Ah, ja. Ich hab's auch gern. Das Letzte. Oh, mein Gott. So ripple ich da nicht hoch. Die Welt kurzstille. Oh, geil. Da gibt's einen Jump. Warum ist hier ein Loch, Digga? Warum ist hier ein Loch? Der Jump war... Eigentlich gut. Aber ich bin rübergeklungen. Oh, ein tick zu langsam. Aber ich probier's nochmal. Ich hab's geschafft. LOL. Ich bin zu weit. Hast du's gesehen? Ich bin zu weit. Ich bin zu weit. Ich bin auf dem Rang. Äh, auf dem Rand. Ich geh außen rum. Das sind mit so dummen, Alter. Ich krieg das schon wieder nicht hin. Ja, LJ war einfach mal auf einer anderen Map. Easy. Komm, LJ. Der ist drauf. Der ist drauf. Der ist drinne, LJ. Let's go. Nein, Miss Kobe. Fuckin' Brian. Alter. Weißt du? Und Lenno muss wieder den einfachen Weg nehmen. Unglaublich. Ey, hast du den Skiller in den Move grad gesehen? Nee, Move hast du da gar nicht. Äh, Skiller. Ich bin... Ich bin über die ganze Ball natürlich mit einem Haupen rüber, ne? Ja, ja. Immer diese Ausrede. Ja, ja. Zwisch die Schwarzen. Ach, du Scheiße. Was?! Das ist schon wieder ne Kante! Ey, ich krieg die Krise, ey. Okay. Ja, jetzt ist auf einmal keine Kante, oder was? Scheiße. Nein! Ich lag so gut. Du legst nie gut. Ich lag so gut. Lassen wir's dabei. Ja? Okay. Nein! Deine Mutter! Ja. Backt gern Kuchen. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Backt das war zu doll? Motorrad. Äh. Ja. Ich bin hier oben auf dem Balkon und mein Ball rollt und rollt und rollt. Immer wenn ich roll, ja. Kenn ich. Immer wenn ich roll. Und wieder auf der selben Bahn zurück. Das ist super toll. Also ähm. Ich fühl mich auf einmal fuck frei. Äh, Lenno, ich glaub, wir werden niemals die andere Bahn erreichen. Doch, 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 doch. Pass auf, pass auf. Richtig scheiße. Okay, point. Okay, warte. Neu Anlauf, neuer Anlauf. Ey, wie struggel ich hier bei den einfachsten Sachen, ne? Ist echt so. Alles andere kriegen wir hin, aber... Digga, nenn dich Fett. Ja, ich nenn dich Fett. Ja, ich nenn dich Fett, Oberfett. Nein, das war's. Nein! Ja, 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 ja. Digga, hast du grad noch Gas muss er aus? Oh mein Gott. Ja, hab ich. Nein! Äh, Lenno, wir haben ein Problem. Weißt du? Nee, du hast ein Problem. Ja, ich hab ein Problem. Weißt du welches? Speedfailder. Speedfailder. Ich hab's schon gesehen. Nein! Ich bin zu dumm darüber zu spielen, Alter. Ja, ist richtig! Siehst du das? Siehst du das? Ey, du bist doch locker drauf, Junge. Ja, aber... Nein! 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 Was macht dieser Ball? Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn? Keine Ahnung, ich probier's. Scheiße, das hat mir grad echt den ersten Platz gekostet. Komm, komm, komm! There we go! Ab durch die Mitte! 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 Nimm die Spielfelder mit! Die machen... Die machen alles besser! Halt die Fresse! Wumm! Er ist schon richtig gemäht! Erstmal Vollspeed! Wo bin ich hin? Ähm... Wie verläuft diese Map? Oh! Lord! Easy, Bitches! Lanz, du bist durch! Hä? Wo musst du denn hin? Der ist mit Fullspeed durch! Ach, da! Moin, Karim! Was ist denn wo? Ich bin Fullspeed! Eine Klamme Fullspeed! Ja, ich hab das mit Halenspeed gemacht! Ich hab auch Fullspeed gemacht! Hä? Was? Ja, scheiße! Was? 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 Alles klar! Das wird treuend, Mensch! Alter, wohin? Wo willst du denn hin? Ja! Das ist Clay Area! Alter, das ist schwer! Warte, Alter! Warte, Alter! Was machst du denn? Einfach... nein! Einmal nur nach hinten! Einfach um! Ja! 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 Nein! Das ist ein Joke! Ja! Kann man mehr Pech haben! Ja! 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 Ey, der macht extra Runden! Alles zur Unterhaltung der Zwoa! Ja! Ja! Was sind das für Physik, man? Ey, bring mal Albert Einstein rein, was das für Physik sind? No Player Area? Ja, deswegen ja. LJ, willst du das mal fertig sein mit der Bahn? Würde mich sehr freuen. Du willst doch einfach holen, ey. Mehr Speed. Warte mal mehr Speed. Mehr Speed, du willst mehr Speed? Ja. Ja, nicht so viel mehr Speed. Alter, LJ, du bist so richtig Zeug. Ey, aber wie kann nicht der so aus der Rampe kommen, Digga? Auf jeden Fall, hier sieht ja ein schön überblick der Map. Was? I'm on the top of you. Ne, warum sind die gleich so? Ja. Ey, der hitte T-Shots. Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Ach, schade. Ne, ne. Mach den nicht, mach den nicht. 15, let's go! Easy. Also, ich hatte 4. Ja. Hier kommt durch, ich bleib... Alles klar! Hey, wo muss man hier hin? Lenno nicht lustig. Das findest du lustig, ne Lenno? Hey, den Brunnen in der Mitte. Ja. Ja, richtig. Ach du Scheiße, das war ein dick zu doll. Ähm. Ja, im Portal. Weck meine Eier! Nein, wilden Weg. Digga, das Spiel! Ja, ich mach nochmal ein paar extra Runden. Ne. Ja, ich bin auf dem Chef. Easy. Ja, warum machst du denn noch so doll, Mensch? Ich bin auch im Portal, so. Hallo Lenno. Komm, mach nochmal ein paar Runden hier. Nö. Das, 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 das belass ich, äh, LJ. Ach, schade. Nicht mehr, mein Freundchen. Nicht mehr. Ne? Ach, ne. Soll ich die Sache hier? Passe ich, komm. Ah, das Level kenn ich auch. Und das nächste Level kenn ich auch. Fass damit. Ach, ne. Ah, kein Stimmt. Nein! Nein! Und das Ganze doch mal runter. Wir haben auch ein geschnittener Film. Fass damit. Wir haben auch ein geschnitten. Leute, komm, ich roll einfach. Ich scheiße, komm. Immer wenn ich roll einfach. Immer wenn ich roll, sag ich dazu nur. Ich scheiße. Immer wenn ich roll. Blatt die Welt kurz stehen. Oh mein Gott. Jürgen mich auch einmal frei. Ach, ich... Ich sag dazu jetzt mal nix, ja? Was ist es dahin geschafft? Ich weiß es nicht. ich sterbe ich sterbe vorher danke 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 black wolf army hashtag desi army hashtag ja hashtag million beste 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 ist sowieso hashtag bbc und ich meine nicht den radiosender ich hasse mein leben so sehr was ich hab voll voll speed gemacht auf einmal nix ich weiß nicht ich möchte ich möchte den ring zurückgeben ich mach gar nicht so doll nein was lustig ist wenn ich ein tic langsamer rolle ich wieder runter ein tic langsamer geht doch geht doch ein tic langsamer so jetzt nicht jetzt über das kopf drüber ich bin gerade für beispiel das war ein bisschen scheiße dann bist du wieder nach oben ach ne da oben sind die nixos ne ja portale ja ich hab das drauf dass du wieder aus dem auto geflogen bist weil du das verteilt falsche portal reingekommen bist ich bin jetzt falsche portal ich bin einfach dann rüber weg ja du bist nach dem portal reingekommen dass das eigentlich der ausgang ist normalerweise ja eben ja geil wie das war kein das ist ein witz oder 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 du bist du bist gerade nicht du hast das gerade richtig sehen du bist durch dein ziel ist wirklich gekauft richtig ja Lendo wie ist bad man wir sind gerade nicht mehr hoch scheiße euer das ist karma das ist zu deut ähm äh ja ähm wie war das äh Lendo wie war das mit punkte sammeln ist nicht mehr viel bei uns beiden ne karma sag ich ja also vier schläge noch dann ne drei ja wenn ich so weitermache sind es hey ich könnte sogar gewinnen leute äh äh ich hole dich noch ein warte kurz oh my god oh my god ja Lendo schön ey nicht nicht schon wieder durchs Butter aber warum denn nicht der kommt nicht an das ist bitter das ist so richtig bitter würde ich sagen ne aha sorry was ok ok wieviel ja oh lol ja richtig geil ne da oben ist ein Holzbecken hab ich schon gesehen oh ja das ist ein Holzbecken komm bleib liegen du Drecksball ne ohne spaß nein ich war ein Tick doll ich lieg hier einfach scheiße weißt du ich mein nein nein du siehst du sogar ziemlich gut ja genau das ist ein Witz das ist ein Witz und hinten nochmal raus du lagst ja wirklich gut einfach über die Bande hätte zu spielen können und drauf ach ja da oben ist ein Loch leute ne ja ja wir sind alle drei hier oben ey no risk no fun Karin komm hier nein nein feels bad man back downstairs Karin wir sind Gleichstand ja ich weiß wir haben Gleichstand Hauptsache er sagt no risk no fun Digge ist so und dann verkrackst der LJ wieder mal sorry das wollte ich so nicht sagen es tut mir leid Alter nein nicht da runter danke danke einfach rechts gegen die Bande leicht spielen einfach rechts gegen die Bande leicht spielen einfach rechts gegen die Bande leicht spielen nein warte ich hätte da geradewegs hoch aber jetzt nicht mehr mach doch einfach über die Bande ja jetzt mach ich mal die Bande ja jetzt mach ich mal die Bande zeig deine Schuldige Skills zeig Balls Digga zeig Balls alles klar richtig geil ey ganz ehrlich ne AJ du hast echt das richtig ausgewählt Zollty Digga das hast du richtig gut ausgewählt also ich werde dich an deiner Stelle auch richtig Zollty muss ich sagen und jetzt erst richtig Karin ja sag ich dir das nein sag ich dir das nicht sag ich dir das nicht sag ich dir das ruhig bitte danke ich muss so reden Karin du falsch ja AJ ja du bist doch falsch ach ne was ist das man mein little salty ball ey ohne Spaß ne ich glaub ich werde die Folge irgendwie so nennt salty boy salty boy in Goldwirt salty rounds so ey 19 Schläge ja hast du gut gemacht auf jeden Fall du hebst dich auf jeden Fall von der Menge ab ja das kann man schon mal gut sagen pfft ey wo muss man hier hin Digga da oben ins Team da oben ja das ist der große Kreis NEIN NEIN ich bin drüber weg Karin mach nen Fehler ja hab ich echt ja ich bin ja ich bin auch drüber weg Digga über die halbe Menge also nicht dass es irgendwen interessieren würde aber ich bin auch drüber weg ne jetzt ist das hier grad nimmer neig bei dir ist es wirklich null interessant ist so dann scheiße mach Karin mach nochmal nen Fehler ich bin drin scheiße ich hab's gehört ich bin schon wieder durch ich weiß hab ich gesehen ha 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 geil ähm ja Gigi wieso denn Karin wir haben noch eine Map ja ich weiß ja also ich denke ich bin noch ja Lennu ähm ich komm nicht an ey LJ die Map da unten die kennst du noch ne weißt du noch ja ich rück sie mir gerade an ja wo du dir dreimal wiederholt hast komm komm Digga es ist wirklich ja sehr ja Lennu schön äh dafür dass ich schon wieder durchgeflogen bin naja vier Punkte im Kicker du musst die so hart verkacken die andere musst dich oder werde ich du musst komm ja ja wir sind ja ja nein nicht du du weißt du was ich geh den safe wieder So, there we go. Bist du drin, LJ? Was? Bist du drin? Ja, LJ, LJ, hast du doch gehört. Ja, ich nehme wieder den easy way out hier. Ja. Danke, Karin. Dankeschön. So, ich will ne Revanche. Ja. Ich auch. Okay. Hier extra Runde, Jungs. Auf jeden Fall. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Lasst ein Like da. Vielleicht ein Abo. Wenn es euch gefällt. Ja, sag mir in den Kommentaren, dass es der geilste ist. Genau, und schreibt in den Kommentaren, dass LJ der geilste ist. Das heute Boy. Hashtag LJ ist der geilste. Genau, LJ ist der geilste. Haut rein. Bye, bye. Tschö. So auf. Schi. Sah